Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder die Sylvie und heute war ich mal wieder spazieren, diesmal mit meiner Mama und ihrer Hündin. Wir waren im Eichwald in Kassel, Lady konnte viel toben und beim Zusehen wünsche ich euch ganz viel Spaß. Amen. 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 So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zugucken und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag, einen schönen Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, wann auch immer ihr das Video schaut und sagt ganz lieb Tschüss, bis bald, eure Sylvie. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.